Mein Name ist Johannes und heute ist deine erste Klavierstunde vielleicht, ja? Heute werden wir einen Song lernen, der heißt Oh, when the saints go marching in Und dafür brauchen wir die Noten C, D, I, F und G In der rechten Hand und in der linken Hand C, F und G Gut, der Song geht so Okay, ja? Vielleicht hast du es schon mal gehört Okay, für die rechte Hand brauchen wir C, E, F, G C, E, F, G C, E, F, G C, E, D E, E, D, C F, E, F, G E, C, D, C Okay, der Anfang langsam C, E, E, F, G Und nochmal C, E, F, G Der zweite Teil C, E, E, F, G Und zum Abschluss Für die linke Hand brauchen wir C, F, F, E, F, G Linke Hand geht so, C, nochmal C, nochmal C, jetzt kommt G, wieder zurück zu C, jetzt kommt F in der linken Hand, und wieder C. Und zum Abschluss G. Also am Ende C. Gut, am Ende des Videos habt ihr einen kleinen Backing Track, um das zu üben. Ich hoffe, dass dieses Video konnte euch ein bisschen helfen, oder vielleicht ja, auch nicht. Nein, ich hoffe natürlich ja. Und viel Spaß bei der Musik und bis bald. Tschüss. Musik 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 Amen. Amen. Amen.